So, Rosins Rest-Songs, die schlimmsten Test-Essen. Oh yeah, ich bin's, der Ecofresh. Ich darf mal mit dem Meister seine alten Clips zusammengucken. Die schlimmsten Test-Essen sind es diesmal. Und wir haben hier nicht umsonst eine Corona-konforme Wand hier zwischen uns, aber die geht auch weg, ne? Genau, und zwar so. Wuh! Diese Test-Essen, da ruft ihr auf zum Test-Essen, dass das Volk sozusagen vorbeikommt, damit du einschätzen kannst, wo die so sind, oder wie? Ja, genau. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt planlos, nicht kundenorientiert, es war einfach chaotisch. Also ich fühle mich jetzt hier als Gast nicht sehr wohl. Ich würde es weder empfehlen, noch würde ich noch mal kommen. Mein Team und ich, wir sind, wir machen das. Hä? Schick, 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 ja, wollte ich gerade sagen. Fresh, Frank Fresh. Wir haben Schlachten geschlagen und es gibt einige nette Fälle, schwierige Fälle. Und wie bei euch, ganz schwierige Fälle. Die sehen ja eigentlich total nett aus, ja, und auch ein bisschen verzweifelt. Das möchte ich voraussagen, das Test-Essen war ein Totalausfall, eine totale Katastrophe. Das war gestern scheiße und da gibt es keine Entschuldigung. Wir haben ja gestern schon gesprochen, Tassel, ne? Und allein aus dieser Ebene heraus und mit Respekt und mit Anstand müsste ich jetzt sagen, Schlüssel abschließen, sucht euch einen Job und geht arbeiten. Das trifft die sehr, also... Ja, ich bin auch jetzt gerade noch selber geschockt, wie ich das sehe. Das ist so, 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 ja, das ist auch alles so real, ne? Es gibt einfach nichts dazwischen. Das hat man in deren Augen gesehen, dass das echt ist. Und da würde ich sagen, meine Menschenkenntnis sagt mir, dass das die wirklich hart getroffen hat. Unfähig, durch und durch. Ihr habt nämlich von den Test-Essen von möglichen 50 Punkten, was meinst du? 20. 16 Punkten bekommen. Schlimmer geht's nicht. Also die Punktzahl, die wir erreicht haben, das ist unter aller Sau. Muss ich echt zugeben. Ich zeig euch mal zwei Karten. Weil das, so was, hatte ich noch nie. Ach du Scheiße. Minus, Mille. Sodass wir sogar eine Null kriegen mit einem Minus davor. Das tut schon weh. Hast du denn das Gefühl, also das interessiert mich jetzt privat, dass die Leute, die zum Test-Essen kommen, auch so ein bisschen schon geladen sind, weil sie denken, ja, da muss ja irgendwas Schlechtes dran sein, sonst würde ich hier nicht gerufen werden. Vielleicht sind sie, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie dann manchmal auch genauer als genau sein, ja? Aber genau das brauche ich. Und, sag mal ehrlich, ich sehe ja auch, was das Problem ist. Katastrophe. Ich hätte Lust, das Ding hier einfach zuzumachen und den Schlussstrich runterzuziehen. Und du sagst, das ist alles unter Kontrolle. Sind das Ehemann und Ehefrau? Ja, ja, genau, Ehemann und Ehefrau. Sie betreibt den Laden. Er ist gar nicht mehr selber mit drin. Ja, da ist dann auch Herzschmerz dabei, wenn du weißt, okay, das ist ein Pärchen, das ist die Existenz einfach von so einer jungen Gemeinschaft, ja. Nach den Punkten ist gar nichts unter Kontrolle. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Sorry, ich muss kurz raus. Ja, ja, das hat man gemerkt. Das ist schon Gänsehaut, ne? Das ist schon hart. Dann hat sie nebenan noch so eine Kneipe gehabt, wo sie so, 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 ja, siehst du da, so Daddelkisten, so, 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 wie nennt man das nochmal, so aus Spielautomaten? Ich habe gewusst, dass es schlimm ist, aber es ist so extrem schlimm. Ja, Frank, wie ist das denn für dich, da wenn einer in Tränen ausbricht, weil das geht ja nicht spurlos an dir vorbei, du bist auch ein menschliches Wesen. Ja, das geht überhaupt nicht spurlos an mir vorbei, ich leide da auch extremst. Man fühlt echt mit, die sieht aus echt so wie, wie so eine besonders nette Frau, die irgendwo aber auch gebrochen ist an der Aufgabe. Ja, das ist dein Mann und du. Was ist das denn noch für eine Plaute? Was ist das denn noch für eine Klare Ebene? Belli, ciao, sag ich da mal. Ich fühle mich ein bisschen hintergangen von dir, aber dazu können wir nachher nochmal drüber reden. Aber ich sage dir jetzt schon mal, dass das ein Fass ist, was wir aufmachen werden. Komm, wir gehen zurück. Ich will das Restaurant nicht schließen, ich möchte alles tun und versuchen damit, es so wirklich sein soll. Ich hatte jetzt nur diesen kleinen Ausschnitt, obwohl ich glaube, irgendwie habe ich diese Sendung gesehen, weil irgendwie habe ich mich daran erinnert. Das hat mich so ein bisschen an mich selber erinnert, weil ich auch mit meiner Frau zusammen unser Geschäft führe. Und da ist man einfach vor so vielen Fragen, vor so vielen großen Entscheidungen und die haben das einfach unnötig gemacht in dem Fall. Hut ab vor dem Rose, der dann da rüber geht und das überhaupt dann noch in den Griff kriegt. Deswegen, also Props. Was gibt es heute Abend für die Test-Esser, für die 50 Personen? A la carte. Die dürfen sich das aussuchen, was sie essen möchten. Ich glaube, ich habe das gesehen. Ja, das ist die Mikrowellen-Küche. Du, dem steht so ein bisschen der Wahnsinn in den Augen geschrieben. Also, da sieht man so ein bisschen, der hat schon so eine schnäppige Art, du hast nur gefragt, was er macht. Und der ist sich schon am rechtfertigen. Das steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ich mache nur a la carte. A la carte ist schwierig fürs Test-Essen, weil du musst ja arg. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob er mich verarschen will oder ob er es ernst meint. Und ich habe immer noch keine Ahnung, ob er nur davon, also, ob er meint, dass er es kann oder, ne, ob er nur davon überzeugt ist. A la carte bedeutet, dass zehn Gäste alles bestellen können, was in der Karte steht. Er hat 60 Gerichte, dann gibt es 10 mal 60, im Grunde genommen würde es 600 Variationen, ach, viel mehr. Ist er da alleine dann? Ja, ja, ja. Von der Speisenauswahl her haben wir auch was gefunden jetzt. Wir würden jetzt gerne bestellen. Wir warten jetzt schon seit einer Viertelstunde, haben auch noch nichts zu trinken bestellt. Die Getränke haben jetzt 50 Minuten gedreht. Ja, das kann ich mich nur erinnern. Da waren die Ersten fertig, da haben die anderen noch gar nicht bestellt. Wir haben eine ganze Stunde aufs Essen bestellen. Wir haben eigentlich gedacht nach den Getränken. Wir haben sofort das Essen aufgenommen. Das geht nicht. Oh, die Getränke haben wir schon mal. Die Chefin kommt gleich und nimmt das Essen auf. Das ist jetzt über eine Stunde her. Wir werden nicht gefragt, zwischendurch, ob alles okay ist und konnten zwischenzeitlich auch keine Getränke nachbestellen. Das ist das Schlimmste. Ja, sage ich dir jetzt als Konsument, es kann sein, dass du mal irgendwo sitzt, wo es dir nicht schmeckt. Mein Gott, das sind alles Menschen. Aber warten, das hat was mit Respekt zu tun. Weil die Menschen haben was zu tun. Klar, es kann auch mal jemand sein, der gerade einen freien Tag hat und dem ist das egal. Aber ey, ich bin am Arbeiten ohne Ende und wenn ich da bin, dann möchte ich einfach so einen gewissen Service haben. Und wenn nicht einer warten lässt, ohne Rücksprache zu halten, dann ist das eine Art von Respektlosigkeit, finde ich. Was ist das? Das ist der Burrito Rancho. Und das andere, was ist das? Tapo Hüfte. Ich muss leider was sagen. Es gibt 50 Gäste draußen, die noch nichts zu essen haben und wo die Bestellung noch nicht für drin ist. Und wenn sie gehen, dann werde ich das Testessen abbrechen. Frank hat gerade gesagt, wenn die zehn Gäste da hinten in zehn Minuten nichts zu essen hätten, bricht er das Testessen ab. Die Gäste haben sich beschwert, zurecht. Schmeckt wie eine durchschnittsüberall schon mal gegessen Chili-Konkarte. So, dann haben wir hier diese Tacos mit diesem Kochfleisch aus der Hüfte. Dann gucken wir auch die Tomatensauce. Sieht so voll aus irgendwie. Ein Brei, ne? Ja. Und alles nach demselben. Warum? Weil er nach diesem System arbeitet. Damit mixt er sich einfach alles zusammen. So, das sieht hier aus wie eine Pizza Pocahontas. Am Ende des Tages ist genau dasselbe drin, was hier drin ist. Da stimmt was nicht. Da stimmt was schon im Aufbau nicht. Der Reis. Trocken wie ein Furz. Und jetzt kommt das Steak. Ja, und so übergarniert und auch ohne Idee, ohne Konzept und so. Es ist einfach auf den Teller geklatscht und du siehst, das ist von hier aus so wie ein Brei, ne? Puh, haben sich die Gäste gerade beschwert. Die haben gesagt, das Fleisch würde so sauer schmecken, so nach Blut. Klar, das läuft aus, weil es wird nicht scharf angebraten. Ach, das noch. Oh, das weiß ich noch. Oh mein Gott. Was war da los? Das riecht wie Urin. Was? So, jetzt gucke ich, ob die 15 übrig gebliebenen Testesser was zu essen haben. Wenn nicht, dann bräuch ich das Testessen haben. Und das hat nach Urin gestunken, ja, das Steak? Ja, das ist so wie altes Blut, weißt du, wenn das dann so, wenn das dann anfängt zu gammeln, ja, und dann stinkt das einfach. Ja, aber sag mal, warst du dann angepisst? Der Restaurant-Profi macht keine leeren Versprechungen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Haben Sie schon was zu essen? Nein, wir haben gerade erst gestellt. Jetzt gerade vor einer Minute? Ja, gerade eben. Haben Sie schon was zu essen? Ich bin gerade zu den Gästen gegangen, sie sind stinksauer. Ja, klar, das ist gerade auch so. Wir haben seit ein Dreiviertelstunde noch nichtmals ein paar Chips oder irgendwas, die sitzen einfach nur rum. Die haben aber auch die Ruhe weggegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Es nützt nichts, wir brauchen nicht weitermachen. Bräuch mal ab. Wir brechen ab. Ja, das war auf jeden Fall, die waren falsch beraten. Er wollte unbedingt einfach ein Restaurant haben und sie wollte ihn glücklich machen. Sozusagen. Und, und, och, die haben noch nachge... die haben nachher noch sich beschwert und, und, und noch Interviews gegeben. Und, 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 och. So, jetzt kommt ja das nächste Testessen. Da muss ich jetzt erst mal... Ja. Ich kann es in einem Wort nur umfassen, das ist ein Skandal. Einfach nur ein Skandal. Und... Ja, ich finde die Hygiene... Also wenn so eine Bude... Also das ist ja wieder dieser Fall. Nichts Essen gemacht, hier wird nichts gemacht. Wo die Lebensmittel da so gelagert wurden und er war LKW-Verkäufer und so. Also die haben ja wirklich richtige Probleme gehabt. Nicht nur, weil er es nicht konnte, sondern weil er einfach vom Schreibtisch... Er war früher LKW-Verkäufer und hat gesagt, so, jetzt werde ich Gastronom. Und der hat richtige Probleme gehabt. Und wenn ihr diese Probleme auch habt, egal, woher sie resultieren, meldet euch bei kabel1.de slash russiensrestaurants oder kabel1.de slash bewerben und dann kommen wir. Und wir kommen. Und wir helfen. Seid ihr damit einverstanden, dass wir erstmal das Testessen absagen? Ja? Ja. Ja, ihr müsstet die Lebensmittel aus diesen Räumlichkeiten rausholen, um dann zu kochen. Und ich kann das einfach nicht gut heißen. Das sieht schon so traurig aus. Also sorry, dass ich das sagen muss. Das hat ja auch was, so wie in der Kunst, das hat auch was ein bisschen mit Personality zu tun und ob du da Bock drauf hast. Und der Raum schreit schon danach oder beziehungsweise der Raum schweigt. Da ist nichts mit Bock. Der ist da irgendwie reingeraten. Und dem würde ich jetzt niemals ein Essen abkaufen, schon wenn ich den so sehe. Ich meine das nicht oberflächlich, sondern der strahlt das auch gar nicht aus, Gastronom zu sein. Das trifft mich eigentlich wirklich hart, weil wir hier ganz weit davon weg sind, irgendwie schlodderig mit Lebensmitteln umzugehen. Er sagt zum Beispiel, er ist weit davon entfernt, schlodderig mit Lebensmitteln umzugehen. Mh. War das nicht besser, weil's? Zeig, was wir haben. Ja, nachdem Frank mich gestern ja ordentlich zusammengestampft hat, hab ich mir überlegt, okay, das passiert einmal, aber kein zweites Mal. Und dann haben wir gestern einen kleinen Notruf gestartet, es sind ein paar Gäste gekommen und dann haben wir hier gestern Tabula Rasa gemacht. Aha. Dann kann ich schon mal ja sagen, dass wir ein Testessen machen werden. Okay. Das heißt, wenn deine Mitarbeiter gleich kommen... Das sieht ja aus wie so eine zivile Küche vom Poco, hör mal. Da kannst du doch nicht richtig für kochen für mehrere Leute, oder? Technische Voraussetzungen, etc. Dann auch viel Holz verarbeitet, das ist heute eigentlich nicht mehr erlaubt, in der Küche mit Holz, dass du auf Holz arbeitest oder Tische mit Holz sind oder so. Da brauchst du schon eine Industrieküche, oder? Genau, weil Fett und Sporen und so, das setzt sich alles, Feuchtigkeit setzt sich im Holz fest und dann können sich dort Bakterien entwickeln. Dann hau rein. Ja. Dass Frank uns die ganze Zeit über die Schulter guckt, war fürchterlich. Kann ich nachvollziehen. Fände ich auch fürchterlich. Da steht der Rose mit seinem strengen Blick. Tomatensauce hatten wir eigentlich schon in der Vorspeise gehabt. Deswegen hat er wahrscheinlich nicht gesagt. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich gar keine Wissenschaft da so, das jetzt als Gastronom, jetzt als Zivilperson vielleicht schon, aber als Gastronom, das jetzt so irgendwie zu servieren, oder? Weil es ist irgendwie immer das gleiche Essen nur mit verschiedenen Soßen, oder? Ja, vor allem hat das einen extremen Pommesbodencharakter, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und es gibt bessere Pommesboden, die bessere Sachen servieren als das. Jawohl, danke schön. Hat's denn geschmeckt? Ja. Kriegst du das eigentlich... Entschuldigung. Nee, ist das... Sag mal, kriegst du das eigentlich über das Herz, wenn du jetzt nicht beruflich da bist, und es hat dir nicht geschmeckt, dann auch zu sagen, weil das ist ja eigentlich so wie so ein Höflichkeitsvorgang, der fragt dich, und hat's geschmeckt, der will ja eigentlich gar nicht, dass du dem genau sagst, ob's dir geschmeckt hat. Ich will mit dem Kollegen keinen Stress. Also wenn ich privat unterwegs bin, dann sag ich nix. Ich sag auch immer ja. Das ist ein Imbiss-Schnitzel, ne? Ein Imbiss-Schnitzel mit einer Imbiss-Sauce. Ist einfach so. Der Rosin, ja, der trifft da wieder die richtigen Worte. Ein Imbiss-Schnitzel ist das. Nicht mehr, nicht weniger. Da braucht ihr auch kein Restaurant aufmachen, oder? Nö. Aber das ist auch kein... Aber ein Imbiss-Schnitzel ist ja auch gut. Meine Mutter hat 40 Jahre einen Imbiss gehabt, da haben die Schnitzel immer geschmeckt. Als ich den ersten Bissen vom Kaiserschmarrn genommen habe, da... Ihr habt ja alle noch gewartet, dann hatte ich kurz diesen Moment, irgendwie, wo ich dachte, was ist das jetzt? Dem ist dein Gehirn kurzzeitig eingefroren. Ich kämpfe. Was ist das? Kaiserschmarrn, oder was ist das? Als wäre er in einer Pfanne gemacht worden, wo vorher vielleicht ein Fisch drin war, oder so. Also, es schmeckt wirklich gar nicht. Kennst du das? Wenn du morgens oder irgendwo ein Obstsalat isst und mit dem Messer womit das Obst geschnitten wurde, hat der Koch vorher eine Zwiebel beschnitten und dann hast du so eine Zwiebel... Boah, das finde ich ganz grausam. Der Kaiserschmarrn schmeckt nach Mehl, ohne Liebe, kein Aroma, sehr viel Mehlgeschmack. Der Teig hat keine Zeit gehabt, sich zu setzen. Hör mal, da sahst du gut aus. Kamst du ja gerade aus Malle zurück oder so? Ja, ne? Das? Das ist Schmarrn. Ja, was soll man daraus machen? Na, kein Restaurant auf jeden Fall. Da wird ein Scheißerhaufen gelagert werden und alles in allem, alles nur eine schöne Fassade. Ich meine, das Ambiente von außen stimmt das ja. Es ist wie so ein Gutshof irgendwie. Ja. Aber man kann was daraus machen, aber der Junge ist irgendwie Lagerist oder weiß ich nicht und ist dann rüber und denkt, der kann direkt ein Gastronom werden. Ja. Wenn ich in eine Dönerbude gehe, erwarte ich ja auch kein Kaiserschmarrn. Aber ich sag euch eins, das ist kein Einzelfall. Das ist die Benchmark der gesamten Gastronomie in Deutschland. Ungelernt, unwissend und kein Gefühl für den Job. Sag mal, kann ich auch ein Restaurant aufmachen oder muss ich irgendwie so eine Schulung durchgehen? Man muss bei der IHK so einen Frikadellenschein machen, so nennt man das. Musst du irgendwie eine Stunde bei so einer Schulung teilnehmen und dann reicht das. Das reicht? Ja. Okay. Krass, diese verschiedenen Testessen, oder? Ja, das war mega. Und weißt du was, ich war auch einmal bei dir testen. Ja, ich weiß. Einmal war ich sogar nicht da, ne? Ne, einmal warst du nicht da. Ich war nämlich zweimal da. Ja, genau. Es gibt auch viel mehr Testessen von Rosins Restaurants und das könnt ihr alles natürlich bei Kabel 1. Schaltet ein. Das ist ne, das ist ne, das ist ne. Klicke, klicke, klicke. Kabel 1.de. Man sagt das doch.